Die Firma Emertix mit Sitz in Tübingen, hier Archivbilder, kooperiert mit dem bayerischen Unternehmen Morphosis. Das gaben die beiden Firmen jetzt bekannt. Ziel der Kooperation sind neue Therapien im Kampf gegen Krebs, bei denen Antikörper eine entscheidende Rolle spielen. Nach der Vereinbarung erhält Morphosis Zugang zu mehreren firmeneigenen, tumorassoziierten Peptiden von Emertix. Im Gegensatz dazu erhält Emertix Antikörper gegen diese Peptide. Die Unternehmen bezahlen sich gegenseitig für Meilensteine in der Entwicklung und zahlen Tansiemen auf vermarktete Produkte. Für beide Partner ergebe sich die Chance, gemeinsam die nächste Generation herausragender Antikörper für Krebspatienten hervorzubringen, so Forschungsvorstand Hapret Singh.